Das bin ich. Das sind die Gegner. Und das bin auch ich. Da hat jemand dreimal, wer auch immer das ist. Hi, Hi, Gitsch. So will you let me destroy you. I'll get your rights. Okay. Ja. Gitsch, oh, es ist es, es ist ein. Gitsch. Ja. 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 Oh, yes. Okay, Zeit für Overwatch. Moment. Overwatch? Funktioniert das überhaupt? Ich glaube nicht, dass die anderen haben. Ich bin die gerade an. Ich habe mir den ersten 1er ab, okay? Den anderen 1er? Ja. Alter, der Biom war viel zu nice, du wirst kein Kill zu haben. Ja, lang schick dann. Ja, die stehen bestimmt aufs Spot mit bei Seven in der Ecke. Oh, den Jungen, ja. Oh boy. Ich weiß, da kann man eine Waffe nicht zeigen. Das ist ja lang. Leise, leise, leise. Ey, der weiß aber auch alles, man. Oder jetzt R-Shot? Ne, jetzt sind sie R-Shot. Ich habe Connect, ne? R-Shot. Ja. Ach so. Ach so. Ach so. Ja, ne. Aber ohne Spaß, hätte der jetzt selber Bock, hacken wir zu spielen. Einer von denen ist afk. Ja. Ja. Ich habe das Gefühl, der Jungen... Wow. Mario noch Bock? Nur weil du... Sag Mario jetzt dazu. Was? Mario war das, warte? Nein, der Bock ist. Er weiß, dass... Er weiß, dass noch einer kommt. Ach so. Nein. Also, wen habe ich... Ja, ist... Was? Jetzt bekommt er auch noch eine Red Force. Bitte, gehe. Ja, sie geht. Oh. Nice. Oh, jetzt bin ich gespannt. L producer. Jo. Jou. Jou. Ach so. Ach so. Ach so. Oh, der lockt... Oh, wie es... wie es... Alter, wie es auf die Schulter gelockt hat. Wir hatten diesen M reingestellt. Ich glaube nicht, dass die anhaben. Oh, wie schnell er... wie schnell er zu Chris geschwischt ist, wie gut. Chris, in die Wand gehen wollte, hörst du? Ach du Scheiße. Das war auf jeden Fall ein Headshot. MCP will mir nicht durch Wände gehen. Mit M-P-A-1. Oh, da hat er kurz zu weit geschaut. Ui, ui, ui. Oh, jetzt kommen sie lang, jetzt kommen sie lang, jetzt bin ich gespannt. Und da ist der 1. in One League. Na komm. Jawoll, da kommt der 2. Jawoll, Chris wartet in der Ecke. Ja, komm. Ja, er ist ungeduldig. Und? Ja, eben. Jawoll, das ist der 2. Nice, nice, nice. Ey. 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 Ich glaub in der Mitte hinz. Ey. 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 Da schmeckt Oh nein Oh ne, ich kann das nicht anschauen Ich hab bloß left, ich hab bloß left Oh ne, das ist viel zu schnell, Alter Oh fuck, meine Augen haben noch gar nicht Alter, Alter Oh, ich fäll was runter Oh, ich kenn das nicht Oh ne, ich hab so Kopfschmerzen Oh nein, ich hab so Kopfschmerzen, was sonst mit mir abgeht Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ich hab gerade in meinem Kopf Ich hab das nicht Oh, danke, Alter LEROY JANKINS Okay, ich lege den Smoken, ja, dann kann ich den Smoken Zwei, der lauf, lauf, lauf Zwei, ich fang, ich fang an Ne, wir müssen alle proben, ja? Also LEROY JANKINS Okay, LEROY LEROY JAKINS LEROY JAKINS Okay, LEROY JAKINS Oh, das wird zu laut machen Das kannst du halt nicht pricken, weil Du willst ja so morgens auf zwei Einer muss in die Luft schießen Ihr müsst in den Chat schreiben Oh, Entschuldigung, dass er in die Luft schießt Er ist bisschen dumm Ihr müsst quasi erklären Ihr müsst euch für ihn entschuldigen und erklären Warum er das gemacht hat Also, damit die Gegner bescheid wissen Aber was meine T-Mails gemacht haben, ey AHHHHH Wir machen hier fünf Mann um den rum So, vier Mann um den rum Kommt hoch Komm hoch Okay, alles klar Und dann müssen wir das um den rum Entsch- Seid ihr dumm? Was hast du gesagt? Excuse Ihr sollt ne Entschuldigung dafür schreiben, warum er das macht Nicht Excuse, ihr Mongos Ey Ja Das hat man nicht verstanden 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 Krieg ich nen Felfisch in den Chat, please? Seid grasse Motherfucker Oh boy, okay Wir müssen uns alle nebenan aufstellen, so? Bum 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 Bum